Die Stille um uns von Larissa Braun aus dem Bukapi Verlag Prolog Eveliana Stille, sie umhüllte mich. Wie ein seidener Schal legte sie sich um meine Seele, bis sie meinen Hals umschlang und mich wirkte. Sie wirkte beinahe friedlich, harmlos. Man könnte meinen, dass ihre Sinnlichkeit meinen Körper beleben konnte. Doch sie brachte mich um. Die Stille war so laut, meine Gedanken, meine Sinne, meine Gefühle. Alles war so laut. Und während äußerlich alles leise erschien, schrie ich im Inneren um mein Leben. Ich hielt die Stille nicht für einen beruhigenden, tröstenden Freund, der mir Entspannung gönnte. Vielmehr war sie mein Feind, der sich langsam anschlich und mein Herz durchbohrte, um all das Leid an die Oberfläche zu manövrieren. Die Gesellschaft, in der ich lebte, war nicht dafür ausgelegt, die Schreie aus dem Inneren freizulassen. Sie begrüßte die Stille, die Resignation, die Akzeptanz, die wir für das gesellschaftliche System hegen sollten. Der Unterschied zwischen manchen Marionetten und mir war bloß, dass ich die Stille nicht tolerierte oder hinnahm. Mein ganzer Körper rebellierte gegen sie, übertönte mit Schreien ihre Einsamkeit. Doch wie sehr konnte man gegen die Stille kämpfen, während das Schweigen um einen herum nicht mehr zu bremsen war? Die Stille zog mich in eine nie gekannte Dunkelheit. Wie treibsand lockte sie mich in ihre Tiefen und gab mich nicht mehr frei. Je verzweifelter ich zu fliehen versuchte, desto tiefer sank ich. Ich hatte mir oft Gedanken über den Tod gemacht. Wie häufig hatte ich mir Dokus über Nahtoderfahrungen angesehen. Doch plötzlich erkannte ich, dass etwas im Inneren sterben konnte und man damit trotzdem weiterleben musste. Vielleicht war der physische Tod nicht halb so schlimm wie der psychische. Ich hatte nie geglaubt, dass ich irgendwann so schwach sein würde. Bis ich abtauchte und mich die Stille endgültig einnahm. Javid Als die Stille begann, mich einzunehmen, hielt ich es für einen schlechten Scherz, den mir das Leben spielen wollte. Einen Scherz, den man in der nächsten Sekunde besser aufklären sollte. Ich merkte schnell, dass ich die Pointe wohl verpasst haben musste. Nie wieder, dachte ich mir. Ein Satzanfang, der mit so vielen Worten beendet werden konnte. Das Leben war ein verdammter Beschiss. Du wurdest in diese Welt geboren, ohne dass du es entschieden hast. Und genauso gut konnte dir dieselbe Welt auch alles wieder nehmen. Je mehr man hatte, desto mehr konnte man verlieren. Je höher man flog, desto tiefer fiel man. All die bislang belanglosen Floskeln und Phrasen, die man sich bereits tausende Male nickend anhören musste, ergaben plötzlich einen Sinn. Ich hatte immer geglaubt, mir passiert so etwas nicht. Hatte nie darüber nachgedacht, was wäre, wenn es dann doch mich treffen würde. Ohne Vorbereitung war ich in die Spirale der Unendlichkeit gerutscht und hatte keine Chance, aus ihr herauszutreten. Mein Vater sagte mir einst, ich könnte alles werden. Das war nicht wahr. Wenn dir das Leben in die Fresse schlug, konntest du nur hoffen, lebend aus dieser Sache herauszukommen. Und nun wusste ich, ob ich wirklich das glücklos gezogen hatte, denn Leben erschien mir plötzlich nicht mehr als Selbstverständlichkeit. Das Schicksal hatte mich vor eine große Hürde gestellt, die ich entweder überwand oder niemals antrat. Ich hatte nie darüber nachgedacht, welche Option ich im Leben hatte. Ich musste es nie. Bis ich abtauchte und mich die Stille endgültig einnahm. Kapitel 1 Manchmal fühlt sich ein Anfang wie ein Ende an. Den ersten Tag meiner Rückkehr ins richtige Leben, in die Realität, hatte ich mir anders vorgestellt. Weniger genervt und demotiviert und mit Sicherheit auch nicht voller Panik, die mich beinahe unmächtig werden ließ. Vielleicht neigte ich zur Übertreibung, aber diesmal war dieser Gedanke nicht weit von der Wahrheit entfernt. Die letzten Monate hatte ich damit verbracht, ein anderes Leben als anderer Charakter in den unterschiedlichsten Büchern zu führen. Es war verlockend, immer und immer wieder in eine neue Welt abzutauchen, die die negativen Gefühle ausblendete und erst gar nicht zuließ. Denn dort war ich Eifie. Aber sollte ich mir ewig was vormachen? Früher oder später musste man aufwachen und sich dem Chaos stellen, das man zurückgelassen hatte. Ein knappes halbes Jahr, fünf Monate und sieben Tage. So lang hatte ich mich in meinem Zimmer verschanzt und darauf gewartet, dass ein Wunder passierte. Nun ja, wer 24-7 in seinem Bett lag und seine Nase in Bücher steckte, sollte nicht unbedingt erwarten, dass ein neues Leben anrufen würde. Ich hatte in diesem halben Jahr zwar ansonsten nicht wirklich etwas gelernt, vermutlich nicht viel weniger als in der Schule, die mich eher gelehrt hatte, dass Menschen Arschlöcher waren, aber das war eines der Dinge, deren ich mir nun felsenfest sicher war. Und der Tatsache, dass Yoda von derselben Person gesprochen wurde wie Miss Piggy. Dieses Wissen war doch sicherlich weitaus wichtiger, als die Reaktionsgleichung von Wasserstoff und Sauerstoff zu kennen. Zumindest konnte ich mir diese Dinge weitaus besser merken, weil sie mich interessierten. Ich hatte eh nie verstanden, warum uns Wissen in die Köpfe geprügelt wurde, das ohnehin spätestens nach der Klausur wieder aus dem Gehirn gesiebt wurde. Sollte mich mal jemand nach den Inhalten der achten Klasse fragen, ich würde alle Klausuren vergeigen, weil nichts davon Teil meines Gedächtnisses war. Schule war eben nur für diejenigen konzipiert worden, die ohnehin nie zur Schule müssten, weil sie sich alles selbst aneigneten und bereits ein wandelndes Lexikon verkörperten. Für alle anderen war es mal mehr, mal weniger ein Durchquälen durch die Hassfächer, die an uns zweifeln ließen. Das Selbstvertrauen, das uns im Kindergarten mühselig antrainiert wurde, wurde spätestens ab der fünften Klasse wieder zerstört. Als Zusatz war man dann noch Teil einer Klasse, die ihre eigenen Verunsicherungen kompensieren musste. Und das passte nicht ins Bild der Gesellschaft. Wenn das der Fall war, konntest du eigentlich schon deine Sachen packen und dir einen Platz in einer therapeutischen Klinik organisieren. In der Kräfte mochten das alles für melodramatisch halten, aber die jetzige Generation war anders. Vielleicht nicht schlimmer, aber mit mehr Möglichkeiten dein Leben auch außerhalb der Schule zur Hölle zu machen. War es nicht merkwürdig, dass wir als Kind Angst vor Monstern im Schrank oder unter dem Bett hatten? Oder viele von uns das Meer nach Monstern erforschten? Oder sich manche sogar danach sehnten, in einem Fantasy-Film mit den verschiedensten Monstern aufzuwachen? All diese engste Faszination und Sehnsüchte, die wir für Monster hegten, obwohl wir uns nur vor den Spiegel stellen, die Nachrichten schauen, all die vermüllten Strände betrachten oder unseren Mitmenschen gegenüberstehen müssten, um die wahren Monster dieser Welt zu sehen. Heute durfte ich einer neuen Schule entgegenblicken und hoffen, dass sie weniger selbstmordverleitend wäre als meine letzte. Ich konnte nie wirklich verstehen, warum die Menschen immer solche Probleme hatten, umzuziehen und somit die Schule zu wechseln. Aber ich hatte auch keine Freunde, von denen ich mich hätte verabschieden müssen. Neues Schuljahr, neues Glück. Mir würde auch weniger Pech reichen. »Eviliana, bist du soweit?« »Du hast noch nicht gefrühstückt.« Er tönte plötzlich die Stimme meiner Mutter von unten und erweckte mich aus meinen Gedanken. »Ich habe keinen Hunger,« rief ich zurück, »als könnte ich jetzt etwas essen.« Meine Nervosität ließ meinen Magen eher mit dem Gefühl zurück, etwas hinausbefördern zu wollen, anstatt hinein. Obwohl, vielleicht sollte ich etwas essen. Wie unangenehm wäre es, wenn ich im Klassenraum mit neuen Mitschülern und Mitschülerinnen sitzen und meinen Magen plötzlich Erdbeben imitieren würde. Zumindest etwas Obst sollte ich mir genehmigen. Schnell lief ich die Treppe zur Küche hinunter und schnappte mir einen Apfel, während mich meine Mutter schmunzelnd ansah. »Wie schön! Ich muss gar nichts sagen!« »Nein, eine Predigt, wie wichtig Energie sei, darfst du heute ausfallen lassen.« Ich grinste und umarmte sie kurz. »Guten Morgen!« Sie gab mir einen Kuss auf die Schläfe und drückte mich dann an sich. »Ich glaube, du bist bereit dafür, Afi.« Ich war mir dessen eher weniger sicher, aber hatte ich eine Wahl? Um meinen Abschluss zu schaffen, musste ich wohl oder übel über meinen riesengroßen, tiefschwarzen Schatten springen. »Ich hatte gehofft, meine ungewollten Ferien würden länger anhalten«, gab ich träge zu. »Alles hat ein Ende«, erwiderte meine Mutter. Es fiel mir schwer, keine unpassende Antwort zu geben. Ich schwankte zwischen »Außer die Wurst, die hat zwei« und »Schade, dass es bei mir so lange dauert.« Beides hätte vermutlich dazu geführt, dass meine Mutter an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln würde, nicht unbedingt die beste Strategie, ihrer unaufhaltsamen mütterlichen Sorge zu entfliehen. Also schwieg ich. Etwas, das meine Mutter bereits gewohnt war. Langsam trottete ich den Flur meiner neuen Schule entlang. Ich war noch immer drauf und dran, die Busfahrerin, die sich sehr viel Zeit gelassen hatte, zu verfluchen, weil ich nun mit Sicherheit zu spät käme. Trotz dieses Faktes tat ich so, als hätte ich die Ruhe weg, um nicht jetzt schon als hysterische Kuh eingestuft zu werden. Bei der Anmeldung vor einer Woche war sie noch wie leergefegt gewesen. Was eine Überraschung, wer ging schon in den Ferien zur Schule? Sie hatte so groß gewirkt. Nun drohte sie mich mit den ganzen Menschen zu erdrücken. Es fühlte sich so an, als würde sich meine Lunge zusammenziehen und mich, in der Annahme, dass mich dadurch weniger Leute bemerken würden, daran hindern wollen, zu atmen. So viele Augen von Menschen, die mich mit nur einem Blick verurteilen und bewerten konnten. Ich war ihnen völlig ausgeliefert. Diese Tatsache veranlasste mein Herz dazu, so laut zu schlagen, dass ich meinen Puls in meinen Ohren pochen hörte. Ich hielt den Zettel mit den Angaben zu meinem Raum und meiner Lehrkraft, Frau Simons, verkrampft in den Händen und schaute wie ein wild gewordenes Reh zu allen Seiten, um zu erahnen, wo Raum 207 sein konnte. Es war kurz vor acht. Wenn ich nicht am ersten Tag zu spät komme und damit den ersten Eindruck vermasseln wollte, der mir mit Sicherheit einen noch intensiveren Star-Marathon einbrocken würde, sollte ich jemanden nach dem Weg fragen. Es gab keine andere Option. An einem Spind entdeckte ich einen jungen Mann, der offenbar Schwierigkeiten hatte, das passende Buch zu finden. Zumindest kramte er ziellos in seinen Sachen herum und sah nicht unbedingt danach aus, als hätte er es sonderlich eilig. Ob er eigentlich erst in der zweiten Stunde Unterricht hatte und genauso überpünktlich war wie ich, wenn mein Bus nicht wie heute Verspätung hatte, um nicht zu riskieren, zu spät zu kommen und von allen angestarrt zu werden, Schnell strich ich meine Gedanken aus meinem Kopf und fokussierte meine Angst, die sich langsam durch meine Adern schlich. Mit jedem Schritt, den ich auf den jungen Mann zumachte, waren meine Beine wackeliger und fühlte sich mein Kopf lauter an. Das war der Anfang aus Die Stille um uns von Larissa Braun aus dem Bukapi Verlag Das war der Anfang aus dem Bukapi Verlag. Und das war der Anfang aus dem Bukapi Verlag. Das war der Anfang aus dem Bukapi Verlag. Das war der Anfang aus dem Bukapi Verlag.